Ich grüße dich, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Blaupause TV. Heute unternehmen wir eine Reise tief in den Kaninchenbau. Ich berichte dir von Ingo Swann, ein Remote-Viewer, zu seinen Zeiten einer der Besten. Und was das Ganze mit dem Projekt Stargate zu tun hat und dass selbst das FBI seine Informationen nicht mehr vertuschen konnte, das erfährst du am Ende dieses Videos. Lass uns anfangen, es wird spannend. In der geheimnisvollen Welt der Parapsychologie ist Ingo Swann eine der herausragendsten Persönlichkeiten. Als talentierter Visionär wurde Swann zu einem führenden Teilnehmer von Projekt Stargate, einem geheimen Programm des US-Militärs, das das Potenzial des Remote-Viewing erforschen sollte. Einer Form der außersinnlichen Wahrnehmung, die es angeblich ermöglicht, entfernte oder nie gesehene Orte wahrzunehmen. Zu seinen bemerkenswerten Leistungen gehört eine seiner berühmtesten Remote-Viewing-Sitzungen, in der er Jupiter detailliert beschrieb, noch bevor die Voyager-Sonde der wissenschaftlichen Gemeinschaft Bilder des Gasriesen lieferte. Swanns Beschreibungen, von denen viele anfangs abgetan wurden, wurden später durch die Ergebnisse der Voyager bestätigt, was zu einem erneuten Interesse an den Möglichkeiten des Remote-Viewing und den Fähigkeiten des menschlichen Geistes führte. In den 70er Jahren nahm Ingo Swann an Remote-Viewing-Studien teil, die in Zusammenarbeit von der US-Armee, der CIA und dem Stanford Research Institute durchgeführt wurden. Dieses geheime Unterfangen trägt den Codenamen Projekt Stargate. Bei Stargate nutzten Ingo Swann und ein Team von Hellsehern ihre Fähigkeiten, um Russland heimlich von Palo Alto, Kalifornien, aus zu überwachen. Sie schafften es sogar, ein abgestürztes sowjetisches Spionageflugzeug unter einem dichten Dschungeldach im afrikanischen Staat Zaire ausfindig zu machen, obwohl das US-Verteidigungsministerium es als verloren erklärt hatte. Heute wissen wir es freilich natürlich besser, wie gut Remote-Viewing funktioniert und es ist eine anerkannte Technik, aber wir müssen uns mal in die Zeitreihen versetzen, 50er, 60er, 70er Jahre. Da war das natürlich buchstäblich Science-Fiction und doch hat das natürlich funktioniert. Zu Ingos zahlreichen Fernbeobachtungen himmlischer Körper gehörten solche von Jupiter, Merkur, dem Mond und dem Mars. Im Jahr 1973 lehnten die meisten Wissenschaftler, Akademiker und Medien eine weitere Untersuchung der Parapsychologie oder Psychoenergetik vehement ab. Es war unerwartet, als das zweitgrößte Forschungsinstitut des Landes Untersuchungen zu diesen Themen einleitete. Dies rief eine erhebliche Reaktion hervor, da das Think Tank SRI in Militär- und Geheimdienstkreisen weithin anerkannt und etabliert war. Das kontrollierte Remote-Viewing war eine Methode, die von Puthoff und Tark mit Finanzierung durch die CIA entwickelt und erprobt wurde, bei der die Beobachter einen Ort allein anhand seiner geografischen Koordinaten sehen konnten. Harold Puthoff leitete das Experiment und laut der Studie nutzte Swan seine kognitiven Fähigkeiten, um einen fernen Ort mental zu erreichen. Die Datenerhebung fand am 27. April 1973 statt. Ingo bemerkte, dass Jupiter, der sich in einer erheblichen Entfernung von Millionen Kilometern befand, im Bereich rechts der Kammer sichtbar war. Er sah seine leuchtende Oberfläche, die ein überwältigendes Licht ausstrahlte. Er konnte ihn aus jeder Perspektive mit seinem geistigen Auge betrachten. Anfangs wurde alles in reduzierter Größe wahrgenommen, aber dann erlebte alles eine erstaunliche exponentielle Ausdehnung. Außerdem bestätigte die Raumsonde Voyager im Jahr 1979 die Existenz des Jovischen Ringsystems. Sechs Jahre später. Das zuvor in den 60er Jahren von dem sowjetischen Astronomen Sergej Vzesvatsky vorgeschlagen worden war. Swan war es, der zuvor die CIA mit Informationen über antike Zivilisationen auf dem Mars versorgt hatte. Nachdem die CIA enthüllt hatte, dass die Sowjetunion angeblich über eine Million Dollar pro Jahr für Psychotronikforschung aufwände, wurde das Stargate-Projekt 1970 ins Leben gerufen. Realistischer, es war schon eigentlich eine Milliarde US-Dollar. Die haben da sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Natürlich ist das alles erst viel später bekannt geworden. Dieses Experiment stieß auf scharfe Kritik von Skeptikern, die häufig versäumen, seine Einzelheiten gründlich zu untersuchen. Der Schwerpunkt des Experiments auf Fernwahrnehmung eines entfernten Planeten wurde als revolutionär angesehen, da er nicht nur konventionelle akademische Perspektiven, sondern auch die üblichen Methoden in der Parapsychologie infrage stellte. Während späterer Remote-Viewing-Sitzungen sah Ingo zahlreiche seltsame Phänomene auf dem Mond. Er beschrieb große Bauwerke, hochentwickelte Maschinen, riesige Wolkenkratzer, massive kreuzförmige Konstruktionen und seltsame Röhren, die über das Gelände verstreut waren. Zudem sah er Hinweise auf vermeintliche Bergbauaktivitäten. Der geheime Bau eines Außenpostens auf dem Mond schien von einer unbekannten Entität vorgenommen worden zu sein. Ingo konzentrierte sich auch auf eine Gruppe von Individuen auf dem Mond, die menschliche Merkmale aufwiesen. Sie befanden sich in einer Art Gehege und Gruben an einer Klippe. Eine Besonderheit war, dass sie alle völlig nackt waren. Unerwartet brach Exelroth, der das Experiment leitete, abrupt ab. Er deutete an, dass die auf dem Mond befindlichen Wesen ihre Überwachung möglicherweise bemerkt hatten und dass Ingo in erheblicher Gefahr sein könnte, sollten sie sich entscheiden, ihn offen herauszufordern. Ingo und Exelroth führten daraufhin mehrere geheime Gespräche über die merkwürdigen Vorkommnisse auf dem Mond. Die Sitzungen wurden 1977 abrupt beendet, was Swan verwirrte. Er fragte sich, ob er eine übersinnliche Vision einer hochentwickelten Mondbasis gesehen hatte, die von außerirdischen Wesen errichtet wurde. Aufgrund der Ähnlichkeit der von ihm beobachteten Individuen mit unbekleideten Menschen spekulierte er jedoch auch, dass es sich um eine geheime, irdische Einrichtung handeln könnte, die Exelroth erkunden wollte. Das Geheimnis bleibt ungelöst. Daher ergeben sich weitere Nachforschungen. Ich persönlich mich würde so interessieren, was haben diese Männer in ihrer Freizeit gemacht? Welche Objekte, welche Orte haben die denn in ihrer Freizeit geviewt, ohne dass es jetzt irgendjemand irgendwann jemals rausbekommen hätte oder würde? Das wäre doch mal interessant. Ich bin sicher, die sind noch viel, viel weitergegangen. Spekulationen, dass Außerirdische unseren Mond heimlich für ihre Zwecke nutzen, führen zu ähnlichen Behauptungen bezüglich Außerirdischer auf der Erde. James Schnabel berichtete in seinem Buch Remote Viewers von 1997 über das Engagement der US-Geheimdienste in der parapsychologischen Überwachung, die in den 70er Jahren ihren Anfang nahm. Der Erfolg von Swans Fernwahrnehmungssitzung auf Jupiter hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die parapsychologische Forschung. Erstens lieferte es seltene und greifbare Beweise dafür, dass Fernwahrnehmung verwendet werden kann, um genaue Informationen über entfernte Orte, selbst solche außerhalb der Erde, zu erhalten. Die wissenschaftliche Gemeinschaft bleibt größtenteils skeptisch gegenüber Remote Viewing, aber Swans Fähigkeit, Details über Jupiter zu beschreiben, bevor sie wissenschaftlich bekannt waren, ist eines der überzeugendsten Beweise für dieses Phänomen. Ja, müssen sie ja auch, es passt ja gar nicht in ihr materialistisches, mechanisches Weltbild, ja, dass man Fernwahrnehmung ausüben kann. Das grenzt ja an ein Wunder und muss natürlich, das ist ja blasphemisch, ist doch klar, muss ja so sein. Darüber hinaus öffnete Swans erfolgreiche Sichtung des Jupiters die Tür zu der Möglichkeit, dass das menschliche Bewusstsein in der Lage ist, Informationen jenseits der fünf Sinne zu erfassen, möglicherweise indem es auf ein universelles Bewusstsein oder eine nicht lokale Wahrnehmung zugreift. Einige Theoretiker glauben, dass Fernwahrnehmung funktioniert, indem sie auf ein Informationsfeld zugreift, das im gesamten Universum existiert und es Einzelpersonen ermöglicht, entfernte Objekte und Ereignisse wahrzunehmen. Swans Erfahrungen mit Jupiter warfen auch Fragen über die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnisse auf. Nach einem bemerkenswerten Ereignis machte das FBI eine umfangreiche Sammlung von Dateien öffentlich, die verschiedene Interaktionen mit unidentifizierten Flugobjekten dokumentieren. Unter diesen Unterlagen erregte ein spezieller Bericht aufgrund seiner detaillierten Schilderungen nicht nur über diese geheimnisvollen Luftphänomene, sondern auch Einblicke in die Insassen dieser Flugkörper besondere Aufmerksamkeit. Der Bericht erörterte, was passieren würde, wenn wir sie angreifen würden, sowie die fortschrittliche Technologie, die in der Funktionsweise dieser Raumschiffe integriert ist. Das Dokument lautet wie folgt. Eine sehr ernste Situation kann jederzeit in Bezug auf die fliegenden Untertassen entstehen. Sollte eines dieser Objekte angegriffen werden, wird das angreifende Flugzeug mit ziemlicher Sicherheit zerstört werden. In der öffentlichen Wahrnehmung könnte dies fast schon Panik und internationales Misstrauen hervorrufen. Die wesentlichen Informationen über diese Flugkörper liegen nun vor und müssen weitergegeben werden, egal wie fantastisch und unverständlich sie für Menschen erscheinen mögen, die nicht zuvor in dieser Art des Denkens geschult wurden. Ein Teil der Scheiben transportiert Besatzungen, andere werden ferngesteuert. Ihre Mission ist friedlich. Die Besucher ziehen in Erwägung, sich auf diesem Planeten niederzulassen. Diese Besucher ähneln Menschen, sind jedoch viel größer. Sie sind keine ehemaligen Erdbewohner, sondern stammen aus ihrer eigenen Welt. Sie kommen nicht von einem Planeten, wie wir den Begriff verwenden, sondern von einem anderen Planeten, der sich mit unserem überschneidet und für uns nicht wahrnehmbar ist. Die Körper der Besucher und auch die Flugkörper materialisieren sich automatisch, sobald sie in die Schwingungsfrequenz unserer Materie eintreten. Die Scheiben besitzen eine Art strahlende Energie oder einen Strahl, der jedes angreifende Schiff mühelos zersetzen kann. Sie können nach Belieben wieder in das Ätherische eintreten und verschwinden so einfach spurlos aus unserem Sichtfeld. Die Region, aus der sie stammen, ist nicht die Astralebene, sondern entspricht den Locas oder Thalas. Studenten dieser Materie werden diese Begriffe verstehen. Sie können wahrscheinlich nicht per Funk erreicht werden, aber sie könnten per Radar erfasst werden, wenn ein geeignetes Signalsystem entwickelt werden kann. Zahlreiche Personen, die dieses spezielle Dokument gelesen haben, äußerten, dass es als überzeugender Beweis für unser Verständnis dieser Wesen und ihrer fortschrittlichen Technologie dient. Ja, das ist es vom FBI. Also Akte X lässt grüßen, würde ich sagen. Da sieht man ja, wie viel am Letten wirklich geheim gehalten wird. Ich möchte hier an der Stelle das durchaus nochmal sagen, dass es nicht klar ist, wozu eine sogenannte Alien-Agenda dienen könnte. Bleib auch unbedingt bei Blaupause dran und abonniert den Kanal, denn die Woche kommt noch ein Video, wo wir detailliert auch nochmal auf diese Themen eingehen, wo eben ja durchaus auch gesagt wird, ja, es ist alles, jeder Alien, wenn es sie denn gibt, ist negativ eingestellt und will uns Böses. Naja, die Frage ist, wenn sie das denn gewollt hätten, hätten sie ja schon lange gemacht, aber mehr erfährst du dann in diesem Video. Ihre Aussagen deuten auf einen Konsens hin, dass der Inhalt unsere Vertrautheit mit diesen Wesen und ihren technologischen Fortschritten zeigt. Diejenigen, die sich für unerforschte Gebiete interessieren, haben vermutet, dass dies eine Offenbarung darstellt und darauf hinweist, dass unsere Behörden schon seit langer Zeit von der Existenz dieser Flugobjekte wissen. Ja, viele Länder haben ja sogar eine ganze Abteilung, ganze Behörden gegründet, wie in Südamerika zum Beispiel, ich glaube sogar Frankreich auch erst vor wenigen Jahren, die eine ganze Behörde gegründet haben, um dieses Phänomen zu beobachten. Derzeit herrscht die Überzeugung vor, dass die Zurückhaltung der Behörden, ihr Wissen über diese rätselhaften Objekte anzuerkennen, auf die mögliche Angst zurückzuführen ist, die sie in der Bevölkerung auslösen können. Ja, und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, schon immer, und ein ganz schlechter Wegbegleiter. In der heutigen Zeit herrscht die weit verbreitete Überzeugung, dass wir die Ära hinter uns gelassen haben, in der Geheimhaltung die Diskussionen über unbekannte Phänomene umhüllte. Dies hat zu einer wachsenden Forderung nach Transparenz der Regierung in Bezug auf ihr Wissen über unbekannte Objekte geführt. Forscher haben festgestellt, dass solche Dokumente einen faszinierenden Einblick in ihr Wissen bieten und wertvolle Erkenntnisse und Perspektiven in ihr Verständnis ermöglichen. Diese wissenschaftlichen Materialien zeigen nicht nur ihre Expertise, sondern werfen auch ein Licht auf ihre intellektuelle Tiefe und ihre Fachgebiete. Hi, ich kreit schon mal ganz kurz rein. Über die Jahrzehnte habe ich viele Produkte getestet, und zugegebenermaßen die wenigsten haben das gehalten, was sie versprochen haben. Gerade im esoterischen und spirituellen Bereich gibt es ja sehr, sehr viele Produkte, und ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass einige funktionieren. Aber bei dem Thema Schlaf, Gesundheit, Antrieb, Motivation und Stärke im Leben, da vertraue ich nur wenigen Produkten. Und eins davon ist Harmonie. Warum? Weil es eben auf physikalischer Ebene funktioniert und das Thema Elektrosmog beseitigt. Und deswegen ist es wichtig, sich darum zu kümmern, damit wir wieder Stärke haben und Kraft, denn wir werden sie brauchen. Und wenn du dich darum kümmern möchtest, dann empfehle ich dir den Harmonie, sowohl den stationären als auch den mobilen. Es gibt 20 Euro Rabatt auf jedes Gerät. Wenn du Blaupause-Kunde bist und bestellst du beide, bekommst du strahlungsarme Kopfhörer gratis mit dazu geschenkt. Probier es aus. Du hast drei Monate Testphase mit voller Geld-Zurück-Garantie. Möchtest du mehr wissen? Erster Link in der Videobeschreibung. Viel Erfolg dabei. Ich wünsche es dir. Interessant ist, dass diese Dokumente über 60 Jahre alt sind, was Fragen darüber aufwirft, in welchem Umfang heutzutage zusätzliches Wissen zu diesem Thema verfügbar ist. Ich erinnere nochmal an die Bilder von Nürnberg voller UFOs. 14. bis 15. Jahrhundert steinigt mich nicht, wenn es falsch ist, aber ist auf jeden Fall schon deutlich länger her als 70 Jahre. Vor kurzem freigegebene Dokumente der Central Intelligence Agency haben das Interesse der Regierung an UFO-Phänomenen beleuchtet, doch viele dieser Dokumente sind stark geschwärzt. Die Beteiligung der CIA an UFO-Untersuchungen geht bis in die 1940er Jahre zurück, als Berichte über unbekannte Flugphänomene in den Vereinigten Staaten und weltweit zunahmen. Besorgt über die möglichen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit durch diese Sichtungen, startete die CIA eine Reihe von geheimen Programmen, um Daten zu UFOs zu sammeln und zu analysieren. In den letzten Jahren hat die CIA tausende von Dokumenten über UFO-Untersuchungen freigegeben, die beispiellose Einblicke in die Rolle der Regierung bei der Untersuchung unidentifizierter Luftphänomene bieten. Viele dieser Dokumente enthalten jedoch erhebliche Schwärzungen, die wichtige Details und Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten. Die Hauptgründe, die die CIA für die Schwärzung von UFO-Dokumenten anführt, sind Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit. Also, wenn es heißt, es geht um die nationale Sicherheit, kannst du davon ausgehen, dass es immer um Machtbestrebungen geht, immer um militärische Themen geht, ja, um eine Vormachtstellung zu halten, alles altes Denken und sehr rückständiges Denken. Warum gibt man das nicht einfach frei und lässt den Menschen entscheiden, wie sie darauf reagieren wollen? Ja, weil dann gewisse Kreise auf dieser Welt eben ihre Macht verlieren täten, ihren Einfluss verlieren täten. Ja, und unser Weltbild sich ändern würde, du wärst einfach nicht mehr so einfach steuerbar und lenkbar. Der Schutz von nachrichtendienstlichen Quellen und Methoden sowie die Wahrung sensibler Informationen. In einigen Fällen erfolgen Schwärzungen auch, um den Datenschutzgesetzen zu entsprechen oder um die Offenlegung klassifizierter Informationen zu verhindern, die laufende Untersuchungen oder diplomatische Beziehungen gefährden könnten. Zudem umfassen Berichte über UFO-Sichtungen und Begegnungen oft sensible oder geheime Militäroperationen, nachrichtendienstliche Aktivitäten oder Luftraumverletzungen, wodurch es notwendig wird, bestimmte Details zu schwärzen, um sensible Informationen zu schützen oder eine unbefugte Offenlegung zu verhindern. Das Fehlen von Transparenz und die unvollständige Offenlegung von UFO-Dokumenten durch die CIA hat jedoch zur öffentlichen Skepsis und zum Misstrauen gegenüber Regierungsbehörden beigetragen, was einige dazu veranlasst hat, die Motive und Absichten hinter der Schwärzung von UFO-bezogenen Informationen zu hinterfragen. In den letzten Jahren nahm der Druck auf Regierungsbehörden, einschließlich der CIA zu, mehr Informationen über UFOs und verwandte Phänomene offenzulegen. Befürworter einer Offenlegung argumentieren, dass mehr Transparenz entscheidend sei, um das öffentliche Vertrauen zu fördern, wissenschaftliche Untersuchungen voranzutreiben und unser Verständnis des Universums zu erweitern. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte wie verbesserte Überwachungssysteme, Satellitenbilder und Sensornetzwerke es den Regierungen zunehmend erschwert, Informationen über UFO-Sichtungen und Begegnungen zu verbergen. In einer Ära allgegenwärtiger Überwachung und sofortiger Kommunikation könnte es schwieriger denn je sein, die Wahrheit über UFOs zu unterdrücken. Derzeit spiegelt die Schwärzung von UFO-Dokumenten durch die CIA eine komplexe Wechselwirkung zwischen nationalen Sicherheitsbedenken, Geheimdienstprioritäten und öffentlichen Offenlegungsrichtlinien wider. Während die Schwärzung sensibler Informationen notwendig ist, um legitime nationale Sicherheitsinteressen zu schützen, wirft sie auch Fragen nach Transparenz, Rechenschaftspflicht und der Verpflichtung der Regierung auf, die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn es immer um solche Themen geht, dann ist der Begriff national auf einmal wieder en vogue. Für den Pöbel gilt das aber nicht. Da gilt Multikulti. Wir brauchen keine Nationalstaaten. Wir brauchen nichts mehr Nationales. Das muss alles ein Einheitsbrei sein. Das muss alles Multikulti eben sein. Aber wenn es um sowas geht, dann auf einmal ist wieder, ja, dann hat der Staat und die Nationen, hat dann dieser Begriff wieder plötzlich eine Verwendung und er hat auch seine Notwendigkeit auf einmal. Für alle anderen Themen scheint das irgendwie nicht zu gelten, oder? Schreib mir in die Kommentare, wie du das siehst. Durch die Verbreitung von Smartphones, Digitalkameras und sozialen Medien haben Einzelpersonen heute die Möglichkeit, Sichtungen von ungewöhnlichen Luftphänomenen in Echtzeit zu erfassen und zu teilen. Dadurch entsteht ein weitreichendes und dezentralisiertes Netzwerk von zivilen Beobachtern. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Satellitenbildgebung, Radarsystemen und Sensortechnologien unsere Fähigkeit verbessert, unbekannte Objekte am Himmel zu entdecken und zu verfolgen. Dadurch stehen unterstützende Beweise und empirische Daten zur Verfügung, die UFO-Sichtungen untermauern. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, könnte es zunehmend schwieriger werden, die Wahrheit über UFOs zu unterdrücken, was zu einem größeren Bewusstsein und einer stärkeren Nachfrage nach Offenlegung führt. Ein weiterer Faktor, der die Forderung nach Offenlegung von UFO-Informationen vorantreibt, sind die sich wandelnden gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber dem Paranormalen. Während UFO-Sichtungen früher als Randphänomene oder Science-Fiction abgetan wurden, werden sie heute zunehmend als legitim und ernstzunehmend von der Mainstream-Gesellschaft betrachtet. Ein Teil dieses Wandels lässt sich auf die zunehmende Zahl glaubwürdiger Zeugen zurückführen, darunter Militärangehörige, Piloten und Regierungsbeamte, die ihre persönlichen Erfahrungen mit UFO-Begegnungen geteilt haben. Diese Zeugenaussagen verleihen dem UFO-Phänomen zusätzliche Glaubwürdigkeit und Legitimität und fordern sowohl Skeptiker als auch Kritiker heraus, ihre vorgefassten Meinungen und Überzeugungen zu überdenken. Darüber hinaus haben die Popkultur und Medien eine bedeutende Rolle bei der Prägung der öffentlichen Wahrnehmung von UFOs gespielt, indem Filme, Fernsehserien und Dokumentationen die Möglichkeit außerirdischer Besuche und staatlicher Vertuschungen thematisieren. Mit dem wachsenden Interesse an paranormalen Phänomenen und dem Unerklärlichen steigt auch die Forderung nach Transparenz und Offenlegung durch die Regierungsbehörden. Seit Jahrtausenden blicken Menschen zum Nachthimmel hinauf, um die Geheimnisse des Kosmos zu ergründen und sich zu fragen, ob wir im Universum allein sind. Die Aussicht auf die Offenlegung von UFO-Informationen bietet die Gelegenheit, unsere angeborene Neugier zu stillen und unser Verständnis des Universums zu erweitern, indem neue Wahrheiten über die Natur der Realität und die Existenz anderer intelligenter Wesen aufgedeckt werden. Durch die Aufklärung des UFO-Phänomens könnten wir Einblicke in fortschrittliche Technologien, alternative Lebensformen und das Potenzial für interstellare Kommunikation und Zusammenarbeit gewinnen. Genau darum geht es und genau das will man verhindern. Wir würden ja andere Einsichten bekommen. Wir würden unsere Realität anders wahrnehmen. Wir würden eben unsere Kinder anders erziehen und wir würden möglicherweise unser gesamtes schöpferisches Potenzial auch entfalten können. Aber es gibt genügend Kreise, die genau das verhindern wollen. Die genau sagen, nee, nee, da haben wir ja keine Kontrolle mehr. Dann verdienen wir ja kein Geld mehr. Wobei es in diesen Kreisen, das wisst ihr auch, dann geht es schon lange nicht mehr um Geld verdienen. Es geht um Einfluss und es geht um Macht. Macht und Wissen ist Macht. Das wissen die auch. Schreib mir in die Kommentare, wie du das Phänomen siehst und ja, was konntest du mitnehmen für dich? Ich finde, es ist wichtig zu erfahren, dass eben genau diese Unterlagen schon lange, 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 zum Beispiel bei diesen Behörden wie CIA und FBI liegen. Was man eben jahrelang uns erzählt hat, das alles Verschwörungstheorien. Und diejenigen, die darüber berichten, die spinnen alle. Die unterliegen einem kollektiven Wahn. Es ist eben nicht so. Und die Abstraktion dessen ist ja viel entscheidender. Was bedeutet denn das für die heutige Zeit? Weil uns wird ja der gleiche Mist nur auf anderer Ebene auch oft erzählt. Na, na, da gibt es nichts. Schau da nicht hin. Das ist alles Verschwörungstheorie. Das ist alles nicht wahr. Und am Ende stellen wir dann wieder 70 Jahre später fest, Ach, hatten sie doch recht gehabt, oder? Naja, es ist die Welt, in der wir leben. Es ist ein Informationskrieg, der schon viel länger tobt, als die meisten da draußen wirklich glauben. Ich weiß, du natürlich nicht. Denn du schaust ja nicht umsonst solche Videos. Deswegen bin ich auch sicher, dass eben hier eine breite Community da ist, die eben offen ist für solche Themen. Aber wir dürfen nie vergessen, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die haben davon noch nie was gehört. Viele wollen das auch nicht hören. Das ist auch okay. Jeder darf ja leben, wie er möchte. Aber es gibt noch sehr, sehr viel mehr zu entdecken. Und wenn du das möchtest, ja, dann schalt bei Blaupause ein. Denn wir bemühen uns hier, genau diese Themen auch immer stärker in den Vordergrund zu rücken und eben auch durch die Blume ein paar Informationen zu geben. Und zwar so, und das ist wichtig zu verstehen, dass eben YouTube auch nichts dagegen hat. Vielleicht verstehst du denn, warum Blaupause sich ein bisschen verändert hat. Denn so ist es möglich, gewisse Dinge eben zu tun, die vorher nicht unbedingt möglich waren. Alles Weitere, wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung, diverse Angebote, meinen Kanal hier auch zu unterstützen und auch etwas Gutes für dich zu tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.